Im zweiten Teil der Juni-Sitzungsfolge des Landtages hat das Plenum zwei Beschlussanträge der Südtiroler Freiheit angenommen. Einen gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht und einen zur Abschaffung des Regierungskommissariats. Zustimmung fand auch ein Begehrensantrag von demokratischer Parteiteam K. und Grünen zum obligatorischen Vaterschaftsurlaub. Abgelehnt wurden dagegen der Antrag von Für Südtirol mit Wiedmann zur Abschaffung der Pflicht zum DNA-Profiling für Hunde und zur Einführung einer Hundesteuer sowie einer der Südtiroler Freiheit bezüglich Proporzregelung bei der Vergabe von Wobi-Wohnungen. Ein Nein gab es weiters für zwei Anträge des Team K. Mit einem war eine Eventstrategie für Südtirol vorgeschlagen worden, mit dem zweiten, dass Gästekarten nicht mit Steuergeldern mitfinanziert werden sollten. Ebenso wenig Zustimmung fanden ein Antrag der Grünen zur Sperrung der Passstraßen und einer der Freien Fraktion zur Förderung von Photovoltaikanlagen. In der Zeit der Mehrheit wurden dann fünf Beschlussanträge angenommen. SVP und Lachivica hatten mit einem Maßnahmen zugunsten eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit Behinderung vorgeschlagen, mit einem zweiten ein Weiterbildungsangebot für KMU im Bereich Cybersicherheit und mit einem dritten eine einheitliche Datenbank der Ratszielstellen. Ein Antrag der SVP befasste sich mit der Umsetzung der Verblisterung in den Südtiroler Seniorenwohnheimen. In einem gemeinsamen Beschlussantrag von SVP Fratelli d'Italia und Lachivica ging es schließlich um eine erleichterte Aufnahme von Menschen mit Behinderungen in den öffentlichen Dienst. Im Plenum fand zudem eine Anhörung der vom Landtag in der vergangenen Legislatur namhaft gemachten Mitglieder der Sechser-Kommission statt. Diese berichteten über die in den vergangenen Jahren verabschiedeten Durchführungsbestimmungen und solche, an denen derzeit gearbeitet wird.